Das ist die nächste Nacht! Servus! Moin! 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 Jungs! Heute werden wir ins Schwimmbad gehen! Wenn ihr keine Menschen seid, dann seid ihr Aliens! Dabei streck ich mich schnell! Leute, das übe ich jeden Tag, damit die Aliens... Also hier! Schick, schick, schick! Ehmel sieht man mich? Sieht man das? Was macht ihr denn im Schwimmbad, Ehmel? Wie wir in der Scheiße machen! Aaaaaah! Wir gehen jetzt ins Schwimmbad! Los gehts! Los gehts! Wir sind jetzt hier im Schwimmbad und jetzt fangen wir mit der GoPro! Also wenn die Auto scheiße ist, dann tut uns das Leid! Aber jetzt werden wir versuchen erstmal die Scheiße hier zu stauen! Okay! Jetzt stauen wir hier mit dem Reifen! Ehmel! Wuh! eiken das ist schon von einem erscheint man! Der Leih! Drei, zwei, eins... Aaaaaah! Ich hab Ehmel verloren Leute! Gönn dir! Weisst du was wir jetzt machen? Ehmel? Leute, jetzt denke ich, ich erschreck ihn! Jetzt in der Rutsche, da wird nichts davon wissen Also Leute, das ist ja alles echt wie immer Peace, Leute, was geht Okay, ich werde jetzt Emil erschrecken Das Kind zieht sich weg Peace, Leute, was geht Warum erschreckst du mich so? Peace, Leute Sprich mir Emil ein, nein Emil, geht's dir gut? Ach so Alter, die ist da hoch Ach so Ja Er soll Kamera ausmachen I believe I can fly To fly Tonight Tonight Das war Gehst du jetzt Oben In die Rutsche Zieh deine Hose aus und rutsche immer nackt Ich ziehe was Ja, mach ich Ich rutsche jetzt nackt runter Okay, Leute Schön entziehen, okay Geil, Mann Okay, Leute Es ist der Nackt Okay, los Und So Ich bin ein Arscher Brenz Ich kann nicht brennen Na klar Ich bin die Weihnachten vor die Tod Ah Ich rutsche gleich nach drunter Shit Ah Ah, meine Ich rutsche nur die Hose runter, du rutsch Geil Jetzt sind wir aus dem Schwimmbad Und das war schon ziemlich lustig, Leute Also abonniert, wenn ihr euch das Video gefallen hat Oder mein schöner Arsche Hier Äh, das habt ihr nicht gesehen, okay Also abonniert, liked und klickt mit eurem Schuppe Die Glocke Damit die Glocke an ist Damit ihr jedes Mal geile Nachrichten von mir kriegt Wenn ich ein Video hochladen habe Wie lange immer die ich zackt Donnerstag und Samstag oder Sonntag hoch Bin immer zu dumm dafür Also tschüss Am Wochenende kommt ein richtig geiles Video Also klack, klack Ah, shit Aua, aua Shit Okay, tschüss